Mein Name ist Alisa Staude und wir befinden uns im Schützenverein Neustadt Eich. Ich bin hier im Verein Medienbeauftragte und momentan veranstalten wir unsere jährlichen Kunst- und Handwerkermarkt. Kommen Sie einfach her und schauen Sie sich die Kunstwerke von unseren 25 Aufstellern an und spazieren Sie einfach bei einer heißen Kakao durch den Markt. Musik Wenn jetzt 2 bis 20 gehen, wie vieles machen? Es scheinen sich gar nicht bewegen. Musik Musik Ja? Ich schenke Kaffee auf. Genau, siehste. Musik 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 Ja, ich bin Schulleiterin der Grundschule Neuschloß und der der Schützenverein hat uns gefragt, ob wir teilnehmen möchten mit einem Verkaufsstand. Er bietet den Grundschulen und den Kindergärten einen Stand an, wenn wir möchten. Dann haben die Kinder im Unterricht gesagt, ja, da sind wir gern dabei. Wir basteln und bereiten Sachen vor für den Weihnachts- und Adventsmarkt im Kunstunterricht und im WG-Unterricht. Die Kinder sind jetzt leider schon heimgegangen, es ist schon spät, sonst wären die jetzt auch noch da. Und die waren fleißig Verkäufer und mit viel Eifrig und Freude heute den ganzen Tag da gewesen. Es ist eine sehr schöne Sache für die Kinder hier was zu gestalten und mit den Kindern, denn es ist eine Wertschätzung. Die Kinder merken, dass die Sachen, die sie selber gebastelt haben, auch wertgeschätzt werden und von Erwachsenen gekauft werden. Mit dem eingenommenen Geld werden wir für die Klassen wieder die Pausenspielekiste auffüllen mit Material, das die Kinder sich wünschen und dann auch benutzen können jeden Tag in der Pause. Das ist eine große Sache. 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 So die Kinder checke. Das ist eine große Sache. хочу zum Licht. Ich bin eine große Sache. Ich bin eine große Sache. Musik Musik Meine Dornröschen-Tasse, ich habe sie endlich wieder. Darf ich Ihnen ein Lotuslicht anbieten? Wir haben hier verschiedene Farben. Wir haben hier das Weiße. Wir haben das schöne Orange. Und noch andere Farben. Pink zum Beispiel. Mit einem Teelicht wird es beleuchtet. Und es gibt ein ganz besonderes harmonisches Licht in Ihrem Wohnzimmer. Schau mal, Maja, so eine Kunde hast du auch. Vorhin war eine Bärle da. Die haben gesagt, die haben auch die Sittenkannen mitgenommen. Die haben gesagt, bei uns kann das keiner in der Familie mehr. Das kann keiner mehr. Das ist eigentlich traurig, dass das keiner mehr macht. Die Omas haben das gemacht. Die Omas haben das gemacht im Winter und im Herbst. Wenn man dann draußen nichts mehr zu tun gehabt hat. Die Omas haben das absorben da ist. Das ist ein delivered. Ich bin vollkommen, wenn ich mir selbst. Vielen Dank.